Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Maus-Akrobat und ja, vielleicht der ein oder andere von euch kennt es, ihr spielt Light und ihr kommt nach gefühlt 20 Startkarten endlich auf Prokhorovka an und freut euch erstmal innerlich riesig. Und dann stellt ihr fest, dass ihr in einer absoluten Clown-Fiesta gelandet seid und zu allem Überfluss stellt ihr auch noch fest, dass es in eurem Team das Boss-Arschloch gibt. Und diesen Typ, der, ja, ich weiß es nicht, seine Unzufriedenheit im Leben, seine Unzufriedenheit in seinem Job, was weiß ich, der vielleicht gerade von seiner Frau mehrfach betrogen worden ist, der vielleicht gerade sein Haus abgefackelt hat oder whatever. Auf jeden Fall jemanden, der ganz offensichtlich noch ganz, ganz andere Probleme hat, als nur World of Tanks zu spielen. Ja, was könnt ihr da machen? Wenn es euch wirklich, wirklich abfuckt, macht ihr den Chat aus. Mich persönlich unterhält es einfach zu viel und deswegen lasse ich den In-Game-Chat auch an. Also ihr habt die Möglichkeit, im Spiel den Chat auszumachen. Wenn ihr wirklich sagt, das geht gegen alle Formen der Menschlichkeit, dann müsst ihr den Chat deaktivieren über die Einstellung. Oder ihr nehmt es einfach als Humor oder beziehungsweise auf die humoristische Art und denkt euch einfach euren Teil und macht einfach euer Game. So, wir sind mit dem MT25, mit dem Bosskeiler-Account unterwegs und wir sehen schon hier, dass unser Team sich extrem gut aufgestellt hat. Ja, wir haben da oben schon den Schrittswagen gespottet. Also, Karten-Control ist für Schwache, das wissen hier alle, die dabei sind. Wir sind mit 15 Leuten im südwestlichen Teil der Karte. Keiner ist zum Hügel gefahren, keiner hat Bock auf die Mitte. Und wer daran schuld ist, ich denke, ich brauche das nicht zu sagen, schuld ist immer der Leid. Und da werden wir auch gleich feststellen, dass unser Team das ähnlich sieht, wie ich das jetzt hier gerade gesagt habe. Der Leo schreibt uns schon, spotte Einser-Zweier-Linie, wir sind alle hier, fast, okay. Okay, also, um da mal ganz kurz Pause zu machen und dann zwischendurch vielleicht auch ganz kurz zu erklären, was er sich vielleicht gedacht hat und was sich vielleicht andere dabei gedacht haben. Unter anderem ich zum Beispiel, ja. Also, man könnte das natürlich jetzt in klassischer Leid-Manier fahren, so würden es wahrscheinlich die anderen hier aus der Runde spielen. Und deswegen sind sich da wahrscheinlich auch alle ziemlich einig, dass man jetzt sofort den Leid wegschmeißen muss. Ich meine, der AMD hat es ja schon getan, der ist schon draußen, also der hat schon von vornherein gesehen, okay, das hat keinen Sinn mehr, ich will den Freitod. Kann man natürlich auch machen, so in Pinguin-Manier von der Eisklappe springen und dann direkt ins Maul eines Eisbären reinjumpen. Das ist die eine Option, die andere Option ist, man bleibt einfach cool. Ja, klar stehen jetzt hier alle auf der Einser-Zweier-Linie, was passiert aber, wenn ich jetzt hier einfach wie ein Irrer durchkrache. Genau. Es geht vielleicht ein Panzer auf, der der am dichtesten zu mir steht, den machen wir dann Proxy auf. Dahinter stehen die TDs, krachen mich kurz aus dem Leben und dann ist der nächste Scout tot und vielleicht haben wir uns im besten Falle 1 zu 1 getauscht. Vielleicht sogar in einem richtig krassen Fall 1 zu 2, aber wir schaffen es definitiv nicht, alle aufzumachen und dann auch noch zu gewinnen. Das heißt, das Schlaueste, was man hier machen kann, ist eigentlich hier stehen bleiben, weil wir von hier spotten wir alles, was hier in der Mitte passiert. Ob hier jemand aggressiv rüberfährt oder wir spotten von hier auch alles, was hier oben, so wie der Stritzland 74 versucht, hier hochzufahren. Also ist meine Position eigentlich ziemlich geil. Das Problem ist, wenn die Leute um euch herum das nicht so sehen, dann habt ihr halt ein Problem. Diese Runde ist auch ein ganz guter Indikator dafür, warum Team-Damage abgeschafft worden ist, weil ich mir ziemlich sicher bin, wenn es noch Team-Damage geben würde, würde es den einen oder anderen, wie zum Beispiel der Leo, der hat sich jetzt ja hier schon lautstark geäußert. Noch ist er nicht beleidigend geworden, aber man sieht schon, es geht ihm gegen den Strich, was wir hier tun. Lass uns das Ganze mal weiterlaufen. So, 1 zu 1. Wir spotten hier nach wie vor, wie gesagt, die Mitte, der Skoda da zum Beispiel, KV2. Das sind unsere Spots. Die Super-Hackle spottet das nicht, sondern das sind unsere Spots. Und jetzt kommt ein T-34-85M von hinten, auf den müssen wir nochmal ganz kurz achten. Hier, ihr schreibt auch schon, go MT, go spot, we are all here fast. Der T-34-85M, einfach zu witzig, an der Stelle muss ich kurz Pause machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ihm im Weg standen und dass er versucht hat, in die Mitte zu schießen, sondern er hat sich bemüht gefühlt, von hier hinten zu kommen, uns dann anzuschießen, beim Anschießen drauf zu gehen und zu platzen. Also an der Stelle ein ganz kurzer Clap für, wie heißt der gute Kollege, Yamato Gamer. Und das sind dann so die Momente, wo man dann doch auch glücklich ist, dass es kein Team-Damage mehr gibt. Also der erste Trottel aus dem Team ist schon mal draußen. Vielleicht war es ein kleiner Motivations-Clap, den er mir geben wollte. Ich gehe mal davon aus, dass auch er nicht so ganz zufrieden war und sich so ein bisschen, ja, der Sichtweise des Leos, der im Übrigen als Top-Tier-Medium auch eine sehr, sehr aggressive Position da oben eingenommen hat. Also da hinten der Marktschreier Leo, der unbedingt will, dass wir hier die 1er-2er-Linie uns selbst weg suizidieren. Man könnte zum Beispiel, nur mal so als kleine Idee am Rande, man könnte zum Beispiel mit dem Leo auch in der Mitte spielen. Man könnte zum Beispiel auch selber mit dem Leo als Top-Tier-Medium-Spots bringen. Aber wir als Leid, wir leben noch und wir haben immerhin schon 1.335 HP gespottet. Im Übrigen hat der T-34-85 uns auch ganz gut gezeigt, was passieren würde, wenn wir nur 2 Meter weiter links stehen oder wenn wir jetzt 5 Meter weiter nach vorne stehen, äh, nach vorne fahren würden, wie der Leo das möchte. Dann passiert nämlich das. Instant. Instant würden wir dann hier verschwinden, so wie er. Er war Full-AP und, äh, ja, für ihn hat es sich jetzt erledigt. So, lassen wir das Ganze mal noch ein bisschen weiterlaufen. Also, ähm, es geht hier auch weiter. Der T-... der K-85 ist der Erste, der so ein bisschen Anzeichen von Gehirn zeigt. Er schreibt nämlich, be patient, there is a light, just chill. Also, er hat es verstanden, auch die Gegner haben ein Light. Wir haben hier übrigens den nächsten Panzer gespottet, den T-34-85M. Ähm, ja, den darf man beschießen. Da sind die Spots. Also, KV-85 ist auf meiner Seite. Hat jetzt so ein bisschen Partei für mich ergriffen, dass nicht alle aus dem Team auf dem armen Light rumhacken. Das finde ich schon mal sehr nett. Also, Shoutout hier an, äh, Zahl Feges, der das verstanden hat, dass es auch Gegner gibt und dass es auch Gegner mit Lights gibt. Ähm, übrigens auch der Skoda, teilweise unserer Spot, ja. Der Leo hat das nicht verstanden, dass auch die Gegner Lights besitzen und möchte halt, dass wir hier auf Krampf in den Tod jodeln, ja. Dass wir bis jetzt alles aufgemacht haben, was uns hier entgegenkam, wie den Stritzwahn, wie den T-34-85M oder wie da hinten, ähm, die Panzer in der Mitte, IS, KV-2, ja. Das wird hier unter den Teppich gekehrt. Ähm. Jetzt hat der Nächste auf mich geschossen. Das wäre es jetzt eigentlich schon dann mit meinem HP gewesen. Also, auch hier wieder nochmal, ne, auch wenn sich viele von euch manchmal Team-Damage zurückwünschen, bei so viel Idiotismus, der dann teilweise leider auch in den Rank, äh, jetzt wollte ich schon in den Rank, äh, in den Randoms herrscht, ist es doch dann auch manchmal ganz gut, dass man sich nochmal vor Augen führt, warum denn der Team-Damage abgeschafft worden ist. Weil halt nicht eben der Dümmste mit der dicksten Kanone dann entscheidet, was getan wird, sondern man sein eigenes Spiel noch spielen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass der Mob hinter einem, einem die Beine bricht und einen dann lüncht. So, und das hier ist, wie gesagt, auch eine sehr, sehr geile Scout-Position, auch mit einem T-100-Light im Zehner-Gefecht, ne. Gut, die meisten von den Leuten sind in diesem Spielstadium wahrscheinlich schon längst tot, deswegen erleben sie selten solche Runden, wo der Light dann auch mal ein bisschen passiv spottet. So richtig oldschool Passiv-Spotting ist ja auch nicht mehr so angesagt, ne, sondern die Halbwertszeit eines Lights sind 30 Sekunden. Ich hab dann jetzt irgendwann geschrieben, just relax and learn. Er kann jetzt einfach mal sich freuen, dass er nicht sofort gestorben ist, aber es geht dann mit den Beleidigungen weiter. Bot, fuck you, Idiot. Spot, bot, bot, OMG, Idiot. What the fuck, we play Tier 6, just go spot. Also, das ist jemand, der definitiv, aber wenn ich das jetzt noch lese, ich feier's einfach. Also, wie gesagt, mich lässt sowas völlig kalt. Ich hab ihm dann dazu geschrieben, wenn er's gar nicht lassen kann und wir quasi Tier 6 spielen, dann kann er ja gefällig selber spotten gehen. Ähm, jetzt, äh, kommen die weiteren Beleidigungen und er erklärt mir nochmal ganz kurz das Spiel. Auch sowas freut mich dann immer. Ich hab zwischendurch gehofft, dass er den gleichen Schrott macht, wie der TV 34, äh, TV, wie der TV 34 85. Mal kurz hier vorbeifahren und mich ein bisschen, äh, anwängeln, um dann drauf zu gehen. So, übrigens, der nächste Panzer, 800 Spot im Kasten. Wir sind bei 3172 Schaden, die wir uns hier, ähm, leisten konnten, leisten durften. Aber auch das, äh, denke ich, wird den Leo nicht zufriedenstellen. Hinten übrigens die, äh, ISer über den Hügel rübergekracht. Jetzt kommt gleich auch wieder eine meiner absoluten Lieblings, äh, Situationen. Ich bereite euch schon mal darauf vor. Vor uns wird gleich der AMX 12 Tonnen aufgehen und auf uns zukrachen. Und anstatt, dass dieser AMX 12 Tonnen dann einen Schuss von unserem werten Kollegen Leo bekommt, achtet ihr gleich einfach mal darauf, auf wen der Leo in der Situation schießt. Dreimal dürft ihr raten. So, 4 zu 6. Wir liegen knapp 3000 AP hier hinten. Ähm, ich zeige euch das auch unter anderem, diese Runde, damit ihr euch nicht von sowas provoziert fühlt und damit ihr ganz in Ruhe auch in Zukunft einfach euer Spiel weiterspielt. Wenn ihr der Meinung seid, das, was ihr hier tut, ist das Richtige und ihr seid euch da auch sicher, dann lasst euch nicht von irgend so einem hirnverbrannten Trottel in die Suppe furzen und, äh, irgendwie euch was erzählen von wegen, was ihr zu tun hättet, was ihr zu lassen hättet, sondern da wäre jetzt die Möglichkeit zu schießen gewesen. Ich hab jetzt, bin jetzt ausgewichen, hab, äh, selber geschossen, weil ich im Proxyspot quasi schon war und der 12 Tonnen auf mich zukam und letztendlich, äh, wäre jetzt Gott sei Dank genau das passiert, wenn ich vorgefahren wäre. Ich hätte auch den Schuss von der SUE 100Y bekommen, ähm, und wäre dann wahrscheinlich draufgegangen. Die Gutmenschen würden jetzt behaupten, der Leo, ich bin dem Leo in den Schuss gefahren und der hat wirklich versucht, mir zu helfen. Ich lasse es einfach mal so unkommentiert stehen, es kann beides wahr sein, ähm, ja, das ist, äh, dann wahrscheinlich ein Zeichen, für, äh, ein RTL 2 Programm. So, AMX 12 Town lebt noch, dahinter 45 TP. Wir sind jetzt so weit ausgewichen, dass wir im Zweifel hinten die Heavys spotten können, wenn sie an der Grundlinie lang krachen und, äh, ich kann jetzt auch ehrlicherweise, weil die Gegner auch noch einen T-52 haben, da oben jetzt nicht mehr rauf fahren. Wir sind mittlerweile schon bei 3.700 Schaden, die wir gespottet haben und unser Team liegt vier Panzer hinten. ähm, ähm, der KV 85 übrigens in der Zwischenzeit hat dir noch mal versucht, äh, zu erklären, dass ich eh sterben würde, wenn ich mich bewege und dass, äh, deren Gegnerleits auch beide da sind, äh, er würde sie nicht outspotten, wartet einfach auf die Fehler der Gegner. Also der KV 85 beide Daumen nach oben, einfach ein Spieler, der es verstanden hat und das ist ja ganz witzig, so eine Diskussion dann mal zu lesen, ja, ähm, auch wenn ich jetzt, während ich gespielt habe, nicht die ganze Zeit, äh, auf das kleingeistige Gelaber vom Leo eingehen konnte, so muss es mich wenigstens irgendwie glücklich stimmen, dass es doch noch den einen oder anderen gibt mit einem Gehirn und der KV 85 hat ganz klar gezeigt, dass er das Spiel verstanden hat und ich bin sehr dankbar, dass er mit in der Runde war und quasi das Schreiben für mich übernommen hat. Nicht nur, dass er hier meinen Anwalt spielt, auch das sehr, sehr fair und sehr, sehr höflich von ihm, sondern, dass er auch sich die Zeit nimmt, dem Leo nochmal für die Landbevölkerung zu mitmeißeln, zu erklären, wie denn das Ganze ausgehen würde, wenn ich mich da auf der Einsatzfeierlinie jetzt im Sinne des Leos einfach nach vorne gewastet hätte. Nennen wir es wirklich, wie es ist. So, wir haben verkürzt, HP-technisch sind wir jetzt schon langsam dran. Wir sehen auch schon eine recht respektable Runde. 4.379 HP haben wir mittlerweile gespottet. T52 ist da jetzt auch endlich aufgetaucht, also auch den haben wir outspottet, weil er da im offenen Feld rumstand und ich habe jetzt hier ehrlich gesagt überhaupt gar keine Probleme, den Cap für mein Team aufzuhalten. Gott sei Dank Leben noch der ein oder andere Mitspieler, der dann jetzt hier wie der Jagdpanther, aber wahrscheinlich auch unser Leo-Kollege, die jetzt hier auf meinen Nacken Schaden machen dürfen. So, wir sind mittlerweile bei freshen 5.300 Schaden. Das war die erste nützliche Aktion übrigens vom Leo, dass er hier den 12-Torn dann endlich mal beseitigt hat. Ich nehme mal den Tiger P da raus. Da haben wir einen weniger, der Cap. Das versetzt mich ein bisschen weniger Zeitstress. So, T-50-2. Also, anstatt, dass man sich dann mal freut, dass man vielleicht mal einen Light hat, der länger als 30 Sekunden in der Runde lebt, sollte man sich, wenn man so, wenn ihr jetzt feststellt, ihr seid genauso retardiert drauf wie der Leo, dann solltet ihr euch erstens ganz, ganz schnell einem Aggressionsprogramm vielleicht, oder einem Anti-Aggressionsprogramm unterziehen. Das Zweite, was ihr vielleicht mitnehmen könnt, wenn ihr so drauf seid wie der Leo, einfach mal, wenn man keine Ahnung hat, die Fresse halten. Auch das ist immer ein probates Mittel, um nicht seine Inkompetenz so extrem raushängen zu lassen und sich dann vielleicht auch einfach mal freuen, dass man jemanden hat, der Licht macht, der nicht gleich seinen Panzer wegschmeißt. Das sind so, denke ich, ganz gute Ansätze, um in World of Tanks nicht komplett auszurasten und vor allem nicht seine überschüssige Energie komplett wegzuwerfen für Nüsse beziehungsweise für völlig ungerechtfertigten Shitstorm. Auf der anderen Seite, was ihr aus dem Video mitnehmen sollt, wenn ihr in meiner Situation seid, denke ich, ist es auch ganz klar geworden, einfach auf die Förtner pfeifen, die machen lassen, wenn sie euch aus der Position schieben, mein Gott, das ist ärgerlich, schickt das Replay an Wargaming, reportet die Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, so wie ich, jetzt hier in dieser Runde die Kacknasen einfach zu ignorieren, dann würde ich vorschlagen, ist das die bessere Option, einfach im Zweifel den Kollegen, wenn ihr es auch nicht ertragen könnt, was er da so von sich gibt, auf die Igno. Ich persönlich als Streamer, ich finde das sowieso immer ganz erheiternd, wenn man da so jemanden drin hat, der sich dann quasi vor 2000 Leuten zum Obst macht, deswegen lasse ich den Chat eigentlich an, weil ich das, mich unterhält das, ich sehe es nicht als persönlichen Angriff an, sondern mich unterhält das und es trägt ja auch quasi, er hat jetzt unfreiwillig auch zur Unterhaltung im Stream beigetragen, also von daher muss man wissen, wie man damit umgeht, ihr solltet euch damit und das sollte unterm Strich hängen bleiben, aber nicht aus dem Konzept bringen lassen, einfach euren Stiefel runterspielen, euer Ding machen, wenn da mal jemand dabei ist, wie der KV 85, der euch dann hinterher vielleicht auch freundlich anschreibt und sagt, na vielleicht hättest du das und das besser machen können, das ist eine ganz andere Art der Kritik und ich muss auch sagen, Hut ab davor, dass der KV 85 das hier so diplomatisch noch versucht hat im Chat zu regeln, sehr sehr positives Beispiel, wie man das auch angehen kann, indem man einfach versucht so ein bisschen da die Wogen zu glätten, ich denke, dass der Kollege könnte auf jeden Fall den Fairness Award bekommen und ich würde jetzt hier an der Stelle sagen, dass wir ihm dafür sieben Tage Premium zukommen lassen, einfach ein geiler Hund und ja, zu dem Leo brauche ich, denke ich, nichts mehr sagen, an eurer Stelle einfach drauf scheißen und solche Leute dann ja, ignorieren, sofern ihr es denn könnt, wie gesagt, wenn sie euch aus der Position schieben, fahrt einfach weg, lasst die Leute, lasst die Leute da machen und bringt euch zur Not selber in Sicherheit. Ja, die Runde war erste Gunmark, ein Panzerast, wir haben die Olex-Medaille bekommen, wir haben die Petrol Duty-Medaille bekommen, 8175 Spotting in einem 6er Light, habe ich so auch nicht jeden Tag, um ehrlich zu sein, 531 Schaden, zwei Kills und wir schauen einfach mal, 1697 Basiserfahrung, also doppelt so viel wie unser guter Leo Komratzki hier. Der KV 85 hat für ein 6er Heavy auf der Karte auch, würde ich sagen, eine gute Runde abgeliefert, 1234 Schaden, das sah doch ganz schlecht, gar nicht schlecht aus, alles in allem, wie gesagt, denke ich, gibt der Erfolg uns einfach recht und ich möchte, dass ihr quasi mental stark genug seid, einfach auch mal solche Vollidioten links liegen zu lassen. Geht nicht weiter drauf ein, wenn es euch unterhält, dann könnt ihr euch ja auch ein bisschen mit ihm unterhalten und ansonsten, wie gesagt, packt den Kollegen einfach auf die EGNO-Liste und macht euer Ding so gut es denn geht, sofern ihr der Meinung seid, dass ihr da gerade genau das Richtige für euer Team tut und ja, in dem Sinne, falls es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen, und ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!